Hallo zusammen, ich bin Mare Gier, Mitglied von Schutzer Nationalteam im Rudern. Als Wassersport begeisterter Athlet ist Wasser ein grosser Teil von meinem Leben. Das Element Wasser fasziniert nicht nur beim Schwimmen, Rudern oder Fischen. Es ist mehr als in einer Freizeitbeschäftigung. Das Wasser bedeutet in erster Linie Leben. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass unser Körper um 60% Wasser besteht? Aber es ist viel mehr als das. Das Trinkwasser, das Clean Water ist eines der grössten Probleme unserer Gesellschaft. So zum Beispiel in der CAVUE-Ebene, in Sambia. Katastrophale Wasserqualität, dreckige Wassersysteme, giftige Bodenverschmutzungen, Industrieabfälle, die Übernutzung der Landwirtschaft, schlecht gebaute Dämmen und vom Aussterben bedrohte Tierwelt. Und genau da wird World Rowing in Zusammenarbeit mit dem WWF ansetzen. Den Bau und die Entwicklung der CAVUE-Flussebene. Was wollen WWF und World Rowing genau machen? Sie wollen den Aufbau und die Entwicklung einer Weltklasseforschungsabteilung im Bereich der Frischwasserforschung unterstützen. Nebendran wollen frische Trinkwasserleitungen bauen, Drainage für die Landwirtschaft und natürlich wollen wir den Support eines lokalen Rudersportzentrum aufbauen. Die Forschung und die Entwicklung bringen aber nicht nur den Bewohner in Sambia und der unmittelbaren Landschaft einen Vorteil, sondern der ganzen Welt. Denn die Forschungsentwicklungen und Forschungsziele, die entwickelt werden, wie man zum Beispiel aus Brackwasser oder Salzwasser Trinkwasser herstellen kann, werden auf den Menschen von der ganzen Welt, auf dem Planeten genützt. Ja, denn wir wollen auch, dass in 10, 20 Jahren in der Schweiz unser Trinkwasser sauber ist, dass wir unseren wunderbaren Rudersport können frönen und dass wir nebst dem Projekt, was pionierreichig zählen werden, in der KV-Ebene fördern können. Der WWF und WorldDrawing initiieren das Projekt und ich bin dabei. Es wäre cool, wenn ihr auch einen Teil davon wäre. Geht doch auf den folgenden Link, der jetzt gerade eingeblendet wird oder auf worlddrawing.com und unterstützt uns, dass das Projekt ein absoluter Erfolg wird.